Ich bin derjenige. 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 Habt ihr euch einmal gefragt, wer das sein könnte, der Kadi so zugerichtet hat? Und den Siggi? Und wer die Schnur im Garten des Doktors gespannt hat? Und die Scheune angezündet? Haben Sie keine Angst, dass Ihre Schüler Sie auslachen, wenn sie da so mit mir tanzen? Martin, pass auf! Warum soll Gott wollen, dass du stirbst? Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Ja. Darf ich hierbleiben diese Nacht? Schicken Sie mich nicht weg. Ich hab so Angst auf der Landstraße. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Wer? Dein Testemann ist unser Gott! Dein Bruder, wir uns behalten! Er hilft uns frei aus allem Mut, Müh ich mich, euch Gottes Wort nahezubringen und euch in seinem Geiste zu verantwortungsvollen Menschen zu formen. Verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen Sie. Weiß ist, wie ihr alle wisst, die Farbe der Unschuld.